Der Hubertushof Romwald bietet alles, was euer Herz begehrt und pflegt tolle Partnerschaften, um euren Tag unvergesslich schön zu gestalten. Stressfrei in den Tag starten, im Hotelzimmer gestylt werden, wie hier zum Beispiel von XM Styling, bei einem Gläschen Sekt entstehen auch gleich die Getting-Ready-Szenen. Die Fotografin von Wedding Paradise und Videograf von Gosh Video fangen eure schönsten Momente ein. Nachdem Braut und Bräutigame hübsch gemacht sind, können sie in wenigen Schritten der gemeinsamen Zukunft entgegen gehen und sich im entzückenden Vintage-Garten das Ja-Wort geben. Was gibt es Romantischeres, als dem Zukünftigen in diesem heimeligen Ambiente entgegenzuschreiten, um endlich einander die schönsten Worte zu schenken? Weiter geht es im wunderschön dekorierten Festsaal, natürlich liebevoll dekoriert von Märchenhochzeit, wo jeder Gast an seinem Platz herzlich willkommen geheißen wird. Jeder wartet auf sie, auf das Brautpaar. Nach dem Brautpaartanz geht auch schon die Party los. DJ Rusty heizt euch so richtig ein. Viel Spaß und Unterhaltung bereitet euch die Fotobox. Ihr möchtet euch lieber am Standesamt trauen lassen? Gerne sind für euch die Beamten im Gemeindeamt Bad Fischau-Brumm da. Mit herzlichen Worten gestalten sie eure Trauung im neu adaptierten Trauungssaal. Für ein zauberhaftes Highlight sorgen Royal Limousinen mit ihren traumhaften Hochzeitslimousinen. Dann lasst euch verwöhnen. Royal kann eure Feier auch im Schloss Bad Fischau stattfinden. Sucht ihr Privatsphäre und möchtet richtiges Vintage-Feeling für eure Brautpaarfotos? Dann ist das Steinhäuschen ein echter Geheimtipp. Natürlich könnt ihr euch auch in der Kirche von Bad Fischau-Brumm das Ja-Wort geben und euch dann zur Location eurer Wahl chauffieren lassen. So schön kann Heiraten in Bad Fischau-Brumm sein. So schön kann Heiraten in Bad Fischau-Brumm sein.